Hallo liebe Teste-Freizeit-Parks-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kirmes-Vlog auf unserem Kanal. Ich bin hier heute in Krefeld auf der Spröden-Tal-Kirmes, beziehungsweise gerade auf dem Weg dahin. Ihr seht jetzt das Intro. Ich gehe zum Festivalgelände in der Zeit und danach geht's los. Ich bin jetzt hier auf dem Kirmesgelände, das heißt ihr seht jetzt hier die ersten Impressionen von der Spröden-Tal-Kirmes. Ich bin jetzt hier auf dem Kirmesgelände in der Spröden-Tal-Kirmes, beziehungsweise gerade auf dem Kirmesgelände in der Spröden-Tal-Kirmes. Ich bin jetzt hier auf dem Kirmesgelände in der Spröden-Tal-Kirmes, beziehungsweise gerade auf dem Kirmesgelände in der Spröden-Tal-Kirmes. Mir noch mal noch ein Wissen-Tal-Kirmesgelände in der Spröden-Tal-Kirmesgelände in der Spr psychologists. Was ist denn hier? Neben dem großen EuroCosta gibt es mit Willi-der-Burm noch eine weitere Achterbahn. Den Count habe ich mir aber schon unter anderem auf der Kanga Kirmes gesichert. Das heißt, hier werde ich nicht einsteigen. Aber natürlich zeigen wir euch davon jetzt auch ein paar Impressionen. Wir sind jetzt hier am Objekte Begierde angekommen, dem Eurocoaster. 5 Euro kostet der Fahrspaß. Wir steigen ein bzw. ich steige ein und gebe euch natürlich gleich ein kleines Fahrzeug wieder ab. Wow! Wow! Oh, yes, wir sind da. Wow! Ich komme jetzt hier hinter mir vor. Von Eurocoaster für 5 Euro die Fahrt, was eine alte Rumpelkiste, überhaupt kein Tempo drauf, wird andauernd gebremst und dann holtert die Bahn komplett irgendwie über die Strecke. Also mir persönlich hat es überhaupt nicht gefallen. Schreibt gerne mal eure Kommentare oder eure Meinung zum Eurocoaster unten in die Kommentare. Ich gehe jetzt hier weiter über die Spürtentalkirmes und ihr seht die nächsten Infektoren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war jetzt hier unser kleiner Vlog von der Spürtentalkirmes 20 und 23. Wir hoffen, das kleine Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.